Beauty Daniel, okay, okay, das war halt Jillie Guck mal, die Dings, die alten Dings an. Guck mal, die Dings, die alten Dings, die alten Dings. Guck mal, die Dings. Guck mal, die Dings. Sind die sonst schöner Tings? Ja, aber da ich das eigentlich nicht. Ach so, oh. Dacken ist gut? Nein. Ich gebe mal Daten. Das ist gut. Was ist das denn? Scream! Cool! Das ist das originales Buch hier. Hast du es verkauft? Nein. Okay. Ich habe das eigentlich für... Aber ich bin selbst gemacht. Ich mache das gleiche. Ich schaue die Namen, die Branding... Ich wollte es... Schau, ich kann ein bisschen Nintendo in da legen. Ich weiß nicht. Das ist es. Ich wollte es... Das ist echt aus dem Namen. Es hat sich bewogen. Das kostet ein langes Mal. Ich habe jetzt ein Schacht aus Bratsfork. Ich möchte mit meiner Damen und Herren. Okay. Ihr könnt den an jedem Schatz kaufen. Zwar der größte Schatz, so groß. Ja klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Dieses Glas. Oh, ja. Es ist ein sehr zentes Glas. Aber es ist brakbar. Es ist fragil. Und die nächste ist einfach die Grinchmaske, die ist so cool ey! Ja! Musik Ja. 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 Das ist einfach die Schlange für ein Patroulement ausgedrückt. Das war krass, ey. Und man kann nichts sehen. Also wirklich gar nichts. Null. Man kann ihn nicht sehen.